Das ist eure Hürde! Oh Gott! Durchschreitet die Hürde! Aua! Farah! Ich kann keinen Puls feststellen! Ja, ich glaub wir sind doch gut aufgestellt. Hallo zusammen! Dann ist es egal, was ich nehme. Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Au revoir! Ich spiele zusammen mit dem Bene und dem David. Verteile hier ein paar Schilde. Und dann geht das auch schon los. Ich hab kein Schild bekommen. Ach nein? Ich steh hinter dir. Ich schon! Danke! So, jetzt haben wir wirklich alle ein Schild. Danke! Lieb von dir! Das Alderworth Hotel. Wer kennt es nicht? Also ich bin ja mehr fürs Meridian. Ich hab übrigens mal einen gesehen, der hat hier oben auf der Statue Bastion aufgebaut. Wo steht Bastion? Weiß ich nicht. Haben wir einen? Ach, da hinten. Angreifer nähern sich. Au! Hohoho! Nicht schlecht. Oben an dem Fenster stand ein Sniper, den ich nicht gesehen hab. Kaum ging die Tür auf, war ich tot. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Na natürlich dumm, ne? Egal. Boah, das ist so weit. Ist der immer noch bei sich drin? Wow! Oh! Boah, der Feral steht aber ganz schön weit oben. Ach, leck mich! Ich hab jetzt sogar einen Kill gemacht. Ich würd immer gern vernünftigen Gegner sehen. So wie den. Nicht auch töten. Boah, der Sniper ist immer noch da. Boah! Boah! Der ist... Aber... Boah! Ach, scheiße. Der Sniper ist auch echt ein bisschen böse. Ha! Erwischt. Au! Na toll. Weil normalerweise... hab ich sehr selten, dass ich einen Sniper finde. Um mal anzugeben, der so schnell reagiert wie ich. Uuuu, uuuu, uuuu. Aber der war heftig. Kaum hab ich mich hier irgendwo zeigen lassen. Das Problem hatte ich nicht. Dann bist du vielleicht einfach zu langsam. Guck mal, wir können durch Wände sehen. Ach nö. Ihr müsst einfach an die Seite gehen. Der Sniper ist wieder. Ja, ich weiß. Der Sniper ist nicht in Sicht liegen hier für mich. Jetzt ist der Sniper wieder tot. Na toll. Dann brauch ich ja nicht mehr drauf ballern. Na, grad war da oben Ferrer. Ne, Ferrer. Oh, ah! Bäm! Hehehe! Ich bin schmierig, du! Wow! Ja, leck mich doch an! Aua! Oh! Fuß! Da bin ich tot. Wow! Da bin ich tot! Haben wir eigentlich einen Heiler? Spielchen? Ja, aber du warst irgendwie nicht mehr Reichweite. Nö, 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 nö. Nö, nö, nö. Ich bin in diesem Hauseingang und dann konnten mich alle anderen treffen. Wow! Ey! Wow! Was geht denn da ab? Damage! Wow! Aua! Soldiersett mit die Seeks und, äh, Tanzhut! Toll! Spawn schon beim nächsten Punkt. Ech! Das ist so unglaublich weit weg. Wolloo! 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 Sollen wir schon zwei Bestshots? Wolloo! 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 Das ich, das ich kann dir nicht anfliegen kann! Hier! Hinter dir! Nein! Wir ja nach vorne fliegen! Hinter dir! Hinter dir! Oh nein! Bestshot ist gestorben! War doch grad noch irgendwo... Ah! Super! Ah! Was soll ich sagen? Ich hab ihn noch gesehen! Nein! Du bist so weit weg, Benni! Ja, ich... Mann! Ah, er ist in meine Mine gelaufen! Da kam noch ein Thera... Oh, nö, ey! Hm... Ich, äh... Wow! Aua! Schön den Ulti gestoppt! Vor allem hab ich ihn, glaub ich, geulissen! Brrrr! 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 Jetzt mal irgendwie ein paar Minuten ohne Heilung auskommen! Minuten? Haha! Ich glaub's ja nicht! Das ist ne Runde, geht doch nur eine Minute! Wow! Ich bin fast da! Oh, shit! Ich wurde wiederbelebt! Na, dann schieß mal! Wow! Ah! Rand weg! Ich weiß nicht wohin! Okay, hier ist... Hier ist gut! Shit! Ich bin fast da! 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 Du bist da! Da hattest du keine Schauen selbst! Nee, ich konnte auch nicht gegenheilen! Jetzt gibt es eine Achtung! Komm ich bin jetzt mal so fies! Hey! Mehr sterbt keiner weg! Macht euch bereit! Wir kommen hier! Und wenn das auch nicht hilft, dann kommt David auch als Best! Hahaha! Du ziehst! Du ziehst! Na toll! Ich bin noch zu weit drin! Oh, lol! Bratz! What?! Mist! Dumm! Farrah nicht gesehen! Also Zenyatta... Ich schau manchmal fies! Oh Gott! Aua! Farrah! Tot! Ich kann keinen Puls feststellen! Oh nein, der schießt auf mich! Aber wirklich! Da muss ich mich da nicht bewegen! Ja! Bleib hier! Das ist gut! Mit mir stirbt keiner weg! Wow! Wow wow wow! Horrah ist blöööer! Wenn du auftrast da vorne kommst du dann ... Wow ...! Deckung. Wo ist da vorne? Hier? Ja, hier, direkt bei uns am Punkt. Nein. Boah! Das sind zu viele Farahs da oben. Die haben da oben zwei Farahs gespielt. Ich glaube, eine Rakete hat... und ich treff die doch nicht richtig. Ich glaube... Das ist Quatsch. Wir haben schon genug. Ich glaube, Snipern könnte mir helfen. Hoffe ich. Was passiert? Moment. Passiert nix. Zwei Minuten sind ganz schön lang, ey. Ich... also... Ich schlaf gleich ein. Du könntest dich nach rechts stellen, vielleicht siehst du hier ein R. Ne, dann sterbe ich bestimmt. Ne, bleib da stehen. Also ich sehe die hier schon durch zwei Türrahmen durch und das ist fies genug. Oh Mann, der hat es doch noch geschafft, dass sie los verschießen. Oh Gott! Ich habe das nicht gesehen. Ich habe den dabei getötet, aber da war der Fall schon mal weg. So riesengroße rote Drachen, die sind auch... Ja, der ist bei mir im Rücken gewesen. Wow! Ich habe den dabei schon mal übersehen. Ha! Ich habe Gott Genji getötet. So viel zu Gott. Neeeeein! Ich bin... Ich bin nicht down! Haltet sie auf Team! Oh! Fuck! Mir stirbt keiner weg! Kommt Endspurt! Ha! Alle Mann töten! Töten, 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 töten! Das ist wieder blieben hier! Gott! Ist down! Ha! Die Statin-Downs! Bad leider! Oh, die hat sie sich gerade noch so gerettet irgendwie von drunter. Puh! Meine! Mein! Meine! Meine! Meine Fahrzeug! Oh, dieser Kack-Typ! Ey! Ah, Benni! Gott, zurück! Ah! Ich dachte, ich hätte keine Chance mehr. 20 Sekunden! 20 Sekunden! Oh, sie kommen mit Tanks und allem. Wow! Ich kann hei- äh, kann wiederbeleben! Oh Gott, nein! Oh! Oh! Wir stehen hier vorne gut! Aber ich stehe gar nicht da vorn! Ja, aber wir stehen hier vorne gut! Fall näher um! Ja, weil hier so ein blöder Heiler rumschwirrt. Oh, ist das nervig! Echt? Tötet den Heiler! Der ist down, ist down. Flogen wir nur so um die Ohren! Uuuuh! Alter! Tja! Wow, das war alles so phasenweise, ey! Am Anfang erst noch so, okay, der Sniper steht da, aber der kommt ja nicht! Und dann waren die auf einmal da und den Punkt verloren! Haha! Haha! Der hat doch gut gerockt! Haha! Nicht so wie ich! Aber der blöde nervige Heiler! Und dann waren die schon fast an unserer Türschwelle! Episch! Episch! Aber nochmal zurückgedrängt! Ziemlich gut! Sehr, sehr cool! Action! Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen! Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne ein Like. und schreibt etwas in die Kommentare! Und ich würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder reinschaltet. Bis dahin! Tschüss.